Der Autor hat uns erzählt, wie er in Prag gefeiert hat. Wie ich verstanden habe, hat es ihm nicht gut gefallen, weil zu viele betrugene Menschen waren auf der Karolsbrücke am Abend. Und waren Sie selbst in Prag? Ja, ich war zweimal in Prag. In welchem Jahr waren Sie in Prag? Letztes Mal vor zwei Jahren. Ich war auch in Prag im Jahre 2008 und ich fand dieses Stadt einfach wunderschön. Das Zentrum, also es gibt so viele faszinierende Straßen und die Architektur ist wunderschön. Okay, und gibt es dort viele Touristen? Der Autor hat gemerkt, dass es im Zentrum viele Touristen gibt. Und wo möchten Sie Silvester und Neujahr feiern? In welcher Stadt, in welchem Land? In diesem Jahr bin ich in Russland Silvester feiert. Und wo haben Sie Silvester und Neujahr letztes Jahr gefeiert? In Deutschland oder in Russland? Letztes Jahr war ich in Deutschland. Ich habe mit meinen Freunden Silvester gefeiert. Wo haben Sie letztes Jahr Silvester gefeiert? Zuhause, im Restaurant, im Café, draußen, im Stadtzentrum, wo? Wir haben zuhause gefeiert. Wir haben viele Freisen gemacht. Wir haben Fernsehen gesehen. Das war lustig. Okay, und wir gehen weiter. Die Verstattung!!! �